dass die leute hier einen direkt zum bikepark bringen das ist das nice so ziemlich ausge... alter nein bist du dich doch du vogel alter jetzt habe ich sie beide na kevin hallo hallo wir befinden uns jetzt im bikepark schulenberg racepark schulenberg hier werden gerade unsere fahrräder verfrachtet da steht paul der erste abonnent den wir getroffen haben und wir waren hier noch nicht wir gucken uns das jetzt erstmal an ich bin sehr gespannt wir sind sehr gespannt was hier heute so abgeht ne paul auf jeden fall ja cool dass dass die leute hier einen direkt zum bikepark bringen das ist das nice jo leute also der lift ist echt eine sache für sich ist jetzt das dritte mal dass ich hier hoch fahre wenn er hier anhält ist halt ziemlich problematisch weil du dann halt von den pedalen runter gehen musst und ja ist nicht ganz so cool aber man ist übertrieben schnell hier oben das dauert hier keine fünf minuten und dafür hat man dann eine geile abfahrt die leute sind ja mega nett und nach einem paar mal hat man das auch gut drauf mit dem lift auf jeden fall hier am lenker wickelt euch da einen schlauch rum und auch hinten an der sattelstütze weil diese dinger wie ihr es hier seht das scheuert ziemlich das wird hinter den sattel geklemmt sonst zerstört ihr euch die sattelstütze oder da kommen kratzer rein oder in den lack in den rahmen deswegen wenn ihr in schönenberg seid immer so einen schlauch rumbinden die haben unten noch einen falls ihr einen vergessen habt die haben immer kaputte schläuche hier könnt ihr was in die kaffeekasse tun jetzt hört er schon wieder an alter junge das ist crazy das ist scheiße alter jetzt geht's weiter so an dem steilen berg hier ist das schon echt scheiße ich weiß nicht wie viel prozent das sind aber ich schätze mal so auf 35 prozent bis 40 prozent das ist wirklich sehr 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 steil das ist ihr guckt euch die bäume an das auch nicht schon wieder alter gott das ist echt nicht cool man dann wieder richtig drauf zu kommen ist so eine sache wir sind halt auch so ziemlich aus alter nein was ist das denn jetzt eben gerade konnten wir zweimal ohne unterbrechung hochfahren es geht weiter es ist gerade die behindertste stelle hier und dann anhalten weil hier sind sogar wurzeln berghoch was ist das alter guckt euch an wie steil das ist okay also wir sehen uns dann oben guckt euch hier einfach mal die aussicht an wie schnell man hier oben ist diese aussicht übertrieben ja oder hinten ist der brocken vielleicht seht ihr die spitze krass man wir sind echt hoch naja wir sehen uns bei der abfahrt vom biker x trail mal schauen was da abgeht auf dem weg zur biker x dritte abfahrt eben gerade mit der pedale aufgesetzt natürlich nicht auf video bin ich mal gespannt ob ich die ganzen tables jetzt schaffe hier komme ich immer noch nicht rüber aber wusste ich auch nicht also also Kommt gleich wieder diese Pekewurzel hier in dieser Einkurve, hier gleich, scheiß Wurzel Nice, so nice Kevin hat sich jetzt verpisst nach Hause, der hat ein bisschen Bammel, aber ist auch verständlich, wenn man hier mit einem Enduro das erste Mal im Bikepark ist und dann direkt so ein Bikepark hier, der ist halt nicht einfach mal so für jeden was Selbst wenn man fortgeschritten ist, es ist einfach ganz schön krass Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal Biker X fahren, fünfter Run für mich Piss dich doch, du Vogel, Alter Junge, ich hoffe, ich habe das auf der Aufnahme drauf Junge, der ist mir fast durchs Vorderrad geflogen Was ist mit diesem Vogel, der nicht steht da erstmal auf dem Absprung und geht nicht weg Okay Okay So, Biker X kann man auch rollen Wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, kriegt man die Sprünge auch locker hin Ist jetzt nichts so krasses Meine Hände Meine Hände sagen schon nein Jetzt habe ich sie beide da sind aber auch echt hochgeschwindigkeitstables kachelt man so mit 40 drauf zu oder sogar noch schneller muss man die gps-funktion aktivieren weiter go man weiß es genau so freunde das war's jetzt hier mit dem tag aus harnkleb ich bin so im arsch aus schulenberg wir haben es 27 grad 27 grad stellt euch das mit voller montur an knieschützer ellbogen schützer brustpanzer helm ich bin im arsch alter das ist echt heftig aber ja das war übertrieben geil ich werde auf jeden fall noch mal hierher kommen auch mit downy sitz downy kollegen ja also die strecke ist auf jeden fall als die strecken sind heftig hatte ich so noch nie gesehen in dem bike park ich war ja auch erst in drei bike parks oder vier geht auf jeden fall echt ab ist heftig